Ja, also nochmal den ganzen Kram. Bin ich ja mal gespannt, ob ich jetzt alles eingesammelt bekomme. Ich denke ja schon. Aber wie ich am Car vorbeigekommen bin, das frage ich mich immer noch. Oh mein Gott, war das knapp. Aber alles ist gut gegangen, schnell durch. Ähm, nicht sterben, nicht sterben. Okay. Da oben haben wir schon das K. Und irgendwie am O bin ich ja auch vorbei einmal, ne? Obwohl, hatte ich das O denn? Ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern. Wo ich einmal das K oder das? Ach, leck mich doch im Arsch, man. Man landet 10 Meter vor den Gegnern oder 5 oder weiß ich auch nicht. Ich treffe ihn trotzdem. Es ist scheißegal. Warum war ich nicht drauf? Ach, ist doch. Ey, und von ganz vorne wieder. Und das Level ist ja gar nicht ätzend, naja, weil es einfach auch nicht lang dauert. Ja, voll das kurze Level. Die Stelle ist, finde ich, auch gar nicht kacke. Und das ist, finde ich, auch gar nicht kacke. So, also nochmal das K holen. Und sterben, war so klar. Ach, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, irgendwie musste ich den Gegner ja killen, oder? Und dann ist das natürlich perfekt zusammen und man kann das nicht schaffen. Ich konnte es einfach nicht schaffen. Das Spiel wollte es mal wieder nicht, dass ich das schaffe, Alter. Ich weiß nicht. Also muss ich den weg. Ich weiß nicht, wie�ACH. so stirb alter kein bock nochmal bei dem zu retten ach ich weiß wo das o ist jetzt weiß ich es wieder sammeln da ist halt nicht ein meine fresse genau hier ist das o wir mussten da nämlich kurz hoch so war das oh mein gott das sollte eigentlich gehen so eigentlich mal schauen ich weiß nicht ich weiß auch nicht ne was soll ich machen alter es ist der letzte müll warum ist das spiel so anstrengend geworden wahrscheinlich weil ich das jetzt auf krampf hier halt durch letzt plane will also fertig letztendlich aber ich kann ja nicht einen monat warten bis es mal wieder besser läuft so bis ich mal wieder richtig ja ist bock habe ich eigentlich also von bock liegt es ja auch nicht aber doch da noch nicht aber ich das schon wieder sehen ja schon der kotzen also ich habe halt niemals nach rechts gelenkt keine ahnung was das spieler jetzt wieder hatte warum das so nach rechts abgedriftet ist weil ja klar wollte ich umdrehen aber reichen wieder tot weil ich nichts machen kann man euer unter wasser scheiß könnt ihr euch echt in arsch stecken mann die hat ja ein radius vom wenden das ist ja unfassbar mann und wenn man sich dreht ist der fünf mal so groß es ist so schon schrecklich wie die sich dreht aber keine ahnung wenn man sich normal so mit der drehung noch denn ist ja komplett vorbei dann kann man sich ja komplett in die tonne werfen und vor allem irgendwie muss ich diesen drecksfisch hier killen ja ist richtig halt ne kannst du rüber treiben ja kann nichts machen ich bin gerade so unmotiviert dieses spiel weiter zu spielen ich habe das vor weiß ich nicht wie lange nehme ich schon auf zehn minuten keine ahnung ehrlich gesagt neun minuten habe ich die aufnahme gestartet aber jetzt schon verknüpfen ja moin wenn ich wieder ausmachen manchmal ist es so was auch nicht bringt halt kein spaß fragt mich auch warum ich dieses scheiß level nicht einfach beim letzten mal beendet war wo ich richtig angekotzt war da war ich schon angekotzt hätte ich das noch irgendwie durchgezogen wäre richtig angepisst gewesen aber dann wir waren ja noch weg hätte ich noch ein bisschen pause gehabt so und dann hätte ich keine ahnung den boss hätte ich eigentlich auch noch letztes mal machen müssen das ist bestimmt auch noch gleich richtig spaßig weißt du jetzt bin ich nämlich am ende der letzten angepisst und am anfang von dieser auch noch scheiße so was es ist die musik gut ist alles das große plus muss ja gerade gucken ob ich das k habe habe ich schon wieder vergessen aber ja klar da könnte ich eigentlich auch so und dann aber gut wir machen das mal auf den auf dem safe weg weil so safe ist das ja eigentlich auch nicht wenn man das so hier aber bisher habe ich das ja schon mal wieder geschafft cool cool hat er natürlich nicht angenommen logisch oh ja jetzt kommen gerade zwei gegner wieso nicht ich mein kann man ja auch machen darf ich irgendwie beim enden nur nicht sterben besten auch gar nicht so schnell hier durch scheiß drauf ich mein wenn ich hier schnell durch will und dann sterbe ich wieder dann ist es auch schon wieder gleich langsam automatisch langsam ist es dann ach kacke ist auch noch wo war denn das G okay bitte sag dass es geschafft ist es ist natürlich noch nicht geschafft vor allem weil ich gleich tot bin oh mein gott oh mein gott ich bin noch dran vorbei ich bin halt noch an dem an der wasserblase dran vorbei jetzt gucke ich nochmal kurz drauf und ja okay der scheißboss ob ich das jetzt schaffe ne ich weiß ja nicht ob ich das schaffe ist schon klar ist schon klar ja oh man komm 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 treffe wow wow treffe natürlich nicht okay das waren auch schon die ersten drei kriegen die nur noch sechs treffer weil der boss geht eigentlich also die treffer kriegt man halt ziemlich schnell ne das waren schon drei treffer man kann sie ja noch schneller bekommen man darf halt diese treffer nicht missen man darf halt diese treffer nicht missen aber das waren ja zwei treffer zwei schnelle treffer hintereinander oh mein gott mach nicht diesen das ist das schwerste halt echt aber eigentlich brauche ich gar nicht nach oben oder jetzt nach oben und dann nochmal nach rechts muss jetzt nur nach unten und hier links nice und jetzt muss ich auch nicht nach oben jetzt geht der nochmal nach oben und dann müssen wir nur nach unten das müsste schon gewesen sein glaube ich oder jetzt machst du das schaffe ich nicht schaffe ich nicht schaffe ich nicht schaffe ich nicht das ist doch fair hart dass ich ihn gar nicht getroffen habe sondern gegen die stacheln bin ja das darf man nicht alles wieder nochmal machen jetzt ist doch grausam jetzt ist doch grausam grausam so drei treffer schon mal die dritte phase ist echt scheiße und dass man die auch so dumm trifft ist auch also dass man die so komisch von der seite und nicht einfach gerade schießen kann das ist auch kacke die sind einfach nur gerade easy raufschießen aber das ist funktioniert genau wie das da einfach scheiße einzuschätzen ist wie naja wie er da runnen muss ne also wie der das macht halt so geht das eigentlich auch weil ich kann ja hier gleich schon nach unten oder auch ja ich bin tot warum geht er jetzt nochmal unten ja verstehe ich nicht hat er nie gemacht hat er noch nie in meinem ganzen leben hat er das gemacht das spiel hat schon keine ahnung wie oft durchgespielt hat er noch nie gemacht ja es bringt spaß auf alle fälle nicht das ist so unnötig was er hier macht er macht ihm einfach gar nichts er saugt einen ein und pustet es wieder aus also eigentlich passiert überhaupt nichts weil da ja nichts rauskommt kein gegner gar nicht ah ja es ist so schlecht es ist einfach schlecht hätte mich gewundert wäre ich daran gestorben aber es gibt kein treffer zum glück das hat mich aber nicht gewundert er wäre das ein treffer gewesen das hat mich aber nicht gewundert er wäre das ein treffer gewesen aber ich komme ja immer bis zur dritte phase wenigstens etwas oder wenigstens etwas wenigstens etwas ja ich brauche Luft sonst sterbe ich gleich ja ich brauche Luft sonst sterbe ich gleich ja 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 wahrscheinlich oder oh mein Gott was macht er jetzt er zieht einen ein oder ja und ich glaube jetzt kommen nochmal Gegner oder ja oh mein Gott ja es ist so anstrengend oh mein Gott es ist echt es ist echt anstrengend es ist echt anstrengend mal ohne Scheiß also ich würde aber sagen diese Welt naja doch die wird schon ein bisschen angenehmer hiermit bedanke ich mich fürs schauen des Donkey Kong Country Tropical Freeze Parts ich hoffe er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bis dann und Ciao